Hi, und herzlich willkommen wieder zu meinem Set. Mit dabei ist diesmal der Flo. Hi, schön dich zu sehen, Frieda. Wir beide nehmen heute zusammen auf. Das heißt, wenn es nachher richtig klappt, dann dürftet ihr zwei Aufnahmen haben, zwei Sichtweisen. Ich habe einfach mal aufgenommen, ich werde es auch hochladen. Ich weiß nicht, wie nachher die Qualität ist, weil ich zum ersten Mal wieder aufnehme seit längerem. Und ein bisschen gucken muss, ob mein DxTory alles so macht, wie ich das möchte. Und ich nehme auf mit Shadern. Und diese Shader sind mega toll, weil zum Beispiel der Lichteinfall jetzt dynamisch berechnet wird. Ich kann mal kurz in die Sonne gucken. Das sieht wunderbar jetzt aus. Ich hoffe mal, es funktioniert alles bei meinen Z4. Aber es ist mal abgestürzt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Und ich hoffe auch, dass die Framerate einigermaßen in Ordnung ist. Sonst muss ich einfach gucken, ob ich das hier alles hochlade. Ansonsten, was haben wir heute vor, Frieda? Erzähl mal. Es geht wieder ums Nacht. Ja, natürlich. Ich bin ein bisschen looten gewesen und habe dem Flo ein paar Sachen gegeben. Sie werden auch ganz gut ausgerüstet. Wie dumm. Und ja, wir wollen wieder ein paar Leute umnutzen. Was brauchen wir erstmal jetzt noch essen? Gehen wir doch da... Ja, würde ich auch sagen. Verschwinden wir mal darüber. Ich könnte acht Cookies machen. Wo bist du denn? Wo gehst du denn jetzt hin? Nee, in die andere Richtung. Ach, das ist die falsche Richtung. Ah ja, da ist es ja. Ja, ich spiele ohne Karte. Ich auch? Und ich habe schon so lange nicht mehr meinen Sieg gespielt. Ich muss auch mich erstmal dran gewöhnen. Ah, da hinter uns ist einer. Nehmen wir den gleich mal, der wird verfolgt. Nicht mehr. Fuck, was geht hier? Oh, wie viele Zombies, ey. Scheiße. Aber ich, ich will sie alle. Was ist los? Wie viel hier los? Was? Alter. Alter. Ich habe bereits den Zombies gekillt. Ich hatte einen nur. Ja, herrlich. Krass, und ich habe gerade ein Herz verloren. Ja, herrlich. Hat der was verloren noch irgendwo? Was getroppt? Nee, oder? Nee, nee, der Zombie hat hier seinen Lederharnisch. Achso, den hast du gekillt. Ja, okay, voll gut. So, gehen wir hier rein. Und wir brauchen Heilzeug. Wir haben nichts zu heilen. Wir sollten auch nicht anfangen zu bluten, weil wir sonst... Links, links, links von uns. Links von dir ist ein Typ. Und ich habe gerade einen Drang der Heilung gefunden. Wo? Wo siehst du da jemanden? Ich sehe da niemanden. Hier. Ach, du nackst, ich bin schon. Der hat gerade eine Hose verloren. Wow, komm her. Ich bin einmal durchgelaufen. Oh, der hat ordentlich Essen dabei. Wow, Zombie. Gut mit dem Essen. Oh, das weit Zombie. Scheiße. Drang der Heilung nehmen. Jam, jam, jam. Sehr gut. Weißt du, was ich nicht verstehe, ganz ehrlich, und was ich auch extrem schade finde? Wenn du so einen Drang der Heilung trinkst, dann müsstest du eigentlich noch eine Glasflasche übrig haben, aber wo ist die? Das finde ich ein bisschen dumm. Weil es ist ja im Endeffekt dasselbe wie mit dem Wasser. Und ich finde auch, dass du eigentlich dann, weil es ja Wasser ist, auch weniger Durst haben müsstest. Ach so, weil der Heiltrank mal zu Wasser ist, ja. Also hier ist keine Flasche, äh, keine Kiste. Schade. Warte, ich füge dich noch kurz zu. Ah, wo ist jetzt der Zombie unter mir? Ja, für die, äh, noch nie Shader gesehen haben. Es werden wahrscheinlich jetzt nicht viele sein, die das neu sehen, aber ihr seht hier die Schatten und das Licht wird dynamischer berechnet als im Minecraft Original. Äh, der Mond sieht doch, äh, ziemlich süß aus und strahlt auch und, äh, auch der Clothesone hier sieht einfach so schön, sieht so schön echt einfach aus. Auch die, die Farben, es gibt mehr Grautöne. Ja, oje. Also nachts ist jetzt nicht unbedingt der absolute Hingucker, es ist sehr dunkel und extrem grau eigentlich, aber man kann's aushalten. Ja, bei mir sieht alles nur halt default. Ja, das hab ich schon das letzte Mal gesehen. Okay, ähm, hat's hier denn irgendwo ein Crafting Table, weißt du das, zufällig? Ich glaub ne, ah, hm, ne. Ach, ich war hier schon ein paar Mal, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh, da liegt dein Schwert. Boop. Mein Schwert? Achso, ja. Oh, hab ich die Scheiße dabei. Mein Schwert. Brauchen wir doch nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Ich dachte, ich hab nichts dabei, aber jetzt hab ich gerade mein Inventar aufgemacht. Ja, okay, du könntest ihn mir geben. Oh, was war das für ein Sound? Und war der Sound gerade auch bei dir? Was war das? Hast du ein Soulbound-Ding weggeschmissen? So, hmm? Was hab ich weggeworfen? Die Lederhau... Die... Wann kommt das Geräusch? Lederhau... Wenn du so ein Soulbound-Ding... Was ist denn ein Soulbound-Ding amnest? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, also... Vielleicht, wenn ich was... Ne, es ist ja Kies. Ah, keine Ahnung. Die Steinspitzhacke brauchen wir immer noch nicht, oder? Steinspitzhacke? Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Ich hab ehrlich gesagt jetzt keine Ahnung. Ah, das gibt's glaube ich noch nicht. Ach so, das war das mit den Dörfern, ne? Ja, 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 dass man damit die Dörfer auch verbessern kann und so. Ja, genau. Das ist ja im Moment noch relativ. Okay. Ich lauf mal da zum Wasser, ich will meine Wasserflaschen alle auffüllen. Ah, ich bin dabei. Dann können wir mal schauen, wo wir ans Rest hingehen. Oh, ihr dürft auch jetzt das Wasser bestaunen. Also, das Wasser finde ich das Beste an diesen Shadern. Das muss ich echt mal sagen, hier an der Stelle. Die sind nämlich... Das Wasser ist nämlich komplett durchsichtig und macht so... So Fließbewegungen sozusagen. Das sieht schon ziemlich hübsch aus, Frieda. Ja, das ist, äh, hat was, ja. Hat was. Wieso hab ich eigentlich vier Leder, äh, drei Lederharnische dabei? Ne Ahnung. Gut, ich auch nicht. Von einem Typen oder so? Wahrscheinlich. Ich schmeiß mir das Ganze überhaupt ein Flash weg. Ne, behalte mal lieber, behalte mal lieber. Ich hab genug Essen. Du weißt, wie schnell das geht so, von wegen... Ich hab genug Essen. Na gut, wenn du sagst, dann glaub ich dir das mal. Ich schaff hier mal ein bisschen Ordnung. Mach hier mal eine Granate hin. Ich hab drei Melonen, Apfel, ähm, zehn Kugels. Ja, ähm, ich könnte noch, äh, acht Puckies machen. Hinter dir ist ein, ähm, Typ. Den lädst du mir gleich mal um. Ja, der hat jetzt lange gelebt. Hä, wusste ich. Der ist tot schon. Ja, aber wo ist der Zombie? Es gibt keinen Zombie, wenn du ihn tötest. Oder? Doch, natürlich. Kommt immer ein Zombie. Ja, natürlich. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte nur, wenn man... Ah! Oh, das war ein Wurftrag. Oh! Scheiße! Und hast du weggeschmissen. Ich dachte, ich wollte einen trinken! Ja, scheiße. Fuck. Das war... Das war dumm. Das war dumm. Ja, das war dumm. Ja, aber ich hab schon ein Rosenboot. Ja, ich hab ja... Diese Dinger, diese Tränke, die findet man ja immer häufiger, hab ich so das Gefühl. Kann das sein? Also, ich hab vorher schon mal gespielt, bevor wir jetzt aufgenommen haben. Und da hatte ich... Äh... Wo war ich denn? In Kräuten oder so, wie das hieß. Und da hab ich, glaub, 13 Heildränke gefunden mit zwei oder drei Lootrunden. Voll krass. Das ist schon... Komm, wir gehen jetzt mal anders hin. Ja. Wohin willst du denn? Ähm... Wohin gehen wir. Ja, das ist die Frage, ne? Ja, wir waren noch nie so... Komm, wir gehen, ähm... Weiter in Westen. Da waren wir noch nicht so oft. Ach, da hab ich vor... Ja, das war eigentlich gar nicht so... So unschön. Also, Vorsicht, da links ist ne riesige Horde Zombies, ne? Obwohl, eigentlich wollen wir doch nur natzen. Also gehen wir in eine große Stadt Karmel. Ja, das ist auch im Westen. Im Osten. Ist das nicht umge... Ah, ich werde verfolgen. Du auch. Echt? Äh... Ich dachte, der geht jetzt auf dich, weil du näher bist. Hinter dir. Ja, der ist aber auf dich fixiert. Oder? Der ist doch ein bisschen verwirrt, der Zombie. Ja. So. Ja, Heilsack wär mal echt cool. Vielleicht finden wir da was in Karmel. Da oben brennt was. Oh, zum Feuer. Ach ne, das ist nur ne Lampe. Aber das ist nur ne... Ja, das sieht bei mir immer so aus. Ach, Romero ist noch davor. Romero ist immer viel. Aber da sind auch sauviele Bandits, ne? Das weißt du. Ja, wir sind auch Bandits. Passt doch. Okay, stimmt. Ja, wir wollten einfach mal das Gefühl haben, wie das so ist, wenn man auch so ein Arsch ist und die ganzen Leute wegkillt. Ja. Aber ihr habt ja schon gesehen, wie ich das mit dem Don-Team gemacht hab. Ach ja. Das war total lustig. Wunderbar, ja. Ich hab schon gehört. Du bist zu schnell. Ich lauf ganz normal. Ja. Aber ich bin noch nicht losgelockt. Achso. Ich dachte, du folgst mir auf dem Fuß. Ne. Stunt the pain. Also ich hab nur dieses eine Schwert, was ich jetzt grad hab. Nur so. Also. Wenn das kaputt ist, dann... Ich hätt noch eins. Vielleicht. Ich hätt ja da noch eins. Ah stimmt, ich hab dir zwei gegeben, gell? Ich hab auch noch ein Steinschwert. So ganz, ganz, ganz Reserve und sogar noch ein Holzschwert. Ja. Ne, das ist ein Platzhalter im Inventar. Aha. Ja, ich möcht das so ungern, dass mein Inventar leer ist. Das sieht immer viel besser aus, wenn's voll ist. Auch mit Scheiße. Ja. Okay. So. Schönen durch die Nacht zu laufen. Hast du ne Ahnung, ob hier Sternbilder sind? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich... Ich hab zu Weihnachten so einen Klobus gekriegt. Wo Sternbilder drauf sind, wo man die bestimmen kann. Keine Ahnung, warum ich den gekriegt hab, aber ich hab ihn einfach gekriegt. Okay. Nicht, dass ich mich dafür irgendwie astronomisch interessieren würde, aber... Irgendwas musst du mir verschenken. Ich lauf mal hier querfeldein, weil die Straße stößt da vorne eh wieder. Ja. 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 Bin dabei. Wow. Genau hinter dir. Das... Ja, ich muss sagen, wer vielleicht schon mal Gronkh die Let's Blaze angeschaut hat, der sagt immer, es ist so saudunkel, wenn er die Shader anhat, aber ich find's jetzt eigentlich sogar relativ hell die ganze Nacht durch. Ich weiß gar nicht, was der da macht immer. Komische Sache. Tja. Ein Pils... Ach ne, ist nur ne Blume. Ist nur ne Blume. Okay. Hast du denn ne guten Ho? Ne. Die hattest du vorhin, gell? Ja. Ja, ich war vorher schon top ausgerüstet und dann wurde ich plötzlich weggenannt. Deswegen, wir rächen dich jetzt und noch viel mehr. Weißt du, ich war grad auf dem Weg zu dir und wollte da rauslaufen und wir hatten alle schon gesagt, wir sind friedlich und plötzlich wird man von hinten angegriffen, wie immer. Scheiß. So ein Scheiß hier. Früher war mein Siso friedlich, da konnte man ganz sicher sein, dass einem nichts passiert und jetzt wird die ganze Zeit... Wann früher? Ja. Seit ich spiele... Ja, du spielst auch noch nicht so lange wie wir anderen. Also es war früher schon anders. Okay. Da war das irgendwie liebevoller. Schauen wir hier rein? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt direkt reingelaufen. Das war so klar. Ja, ich bin noch so ein... Eier. Typisch. Romero. Wo da unten ist in der Kirche ist einer. Stirb... Was? Wie kurz fliegen denn... Was? Oh Mann, ich treff nicht. Ich bin so schlecht. Stirb. Okay, ich bin da. Also wir brauchen ein Heilzeug. Ja, wir brauchen auch Essen. Wir brauchen alles eigentlich. Wir können alles mitnehmen, was wir finden. Oh, da hinten ist eine Truhe. Also sowas finde ich dann auch schön. Wenn man in so einen Raum reinkommt mit den Shadern, das Licht wird sofort neu generiert. Ha, ich bin verliebt. Ich hab gedacht, du hast die Kiste schon längst geloodert und dann sprichst du noch über die Shadern. Ja, ich dachte, ich kann beides. Ich hab nur beides gemacht. So geil. Oh, ja. Da ist auch eine Truhe. Geh mal weiter. Oh, dann schaut mal den Raum an. Oh, super. Genial. Wunderbar. Ey, ich hab ne Schere. Und ne Bandage. Also ich hab einmal Heilzeug jetzt. Ja, ich hab dich schon gesehen da unten. Du Hure. Du Hure. Da sind jede Menge tote Spieler. Was soll heilen? Töte ich den? Natze ich den jetzt weg? Da vor uns ist doch einer. Achso, das ist eh der Zombie gewesen. Und da ist nochmal ein Zombie. Nicht mehr. Boah. Da ist ein Spieler. Ja, dann lass ihn mal. Nein. Boah. Warum soll ich ihn lassen? Ja, ich mein, er lebt auf dem Tag eh nicht mehr. Weißt du? Die nächste Nacht mein ich. Hat er dich gerade weggenannt? Ne, ne, ne. Ich bin noch am Leben, aber nicht mehr so fett. Er ist weggerannt, ne? Scheiße. Komm mal her Flo. Komm, 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 komm. Ich weiß gar nicht wo du bist. Ich hab dich aus dem Auge verloren. Rechts von dir. Ja, aber hier liegt noch so viel Loot. Jetzt nicht mehr hinter dir. Hier liegt noch so viel Loot. Alles wegwerfen hier. Den ganzen Bullshit. Du da weg. Du da weg. Du da weg. Du da weg. Da ist ein Eisenschwert. Ah, das nimm ich. So. Da hab ich jetzt alles aufgehoben. Toll, da hast du das Eisenschwert weggenommen. Ja, da hast du. Ist eh kaputt. Egal. Kann ich, ähm. Dann kann ich reparieren. Ein unverzauberter Bogen. Hm. Ach, wer ist das? Jetzt kann man sich mal aufstecken. Oh, herrlich. Also ich hab irgendwie zwei Bandagen. Hm. Und noch ne leere Flasche. Ich hab drei. Verdächtig. Ich hab auch Milch. Okay. Wozu auch immer man Milch braucht. Jetzt kommt einer. You have begun- Oh! Da ist so'n Zombie. Da kommen Zombies? Und dahinter dir war grad ein Tipp. Da ist wieder ein Tipp. Aber nochmal einer. Ich brauch so langsam Heilung. Also nicht so langsam, sondern jetzt. Hihii. Wär sau cool. Deswegen komm mal irgendwie hier rein oder so. Ja, ja. Schon dahin. Schon dahin. Alle. Was brauchst du? Schere und Rosenrot. Okay. Hm. Apfel. Dreck. Bandage. Du da. Dahin. Wo ist jetzt das Rosenrot? Ah, das sieht ja komisch aus. Ich muss... Was fang ich an? Mit der Bandage. Und dann Schere. Und dann Schere. Gut so, oder? Äh, Schere für dich. Rosenrot für dich. Apfel für mich. Okay. Heiltrank für mich. Geht nichts über viele Heiltränke in der Leiste. Okay. Hier sind so viele Leute. Hier sind übel viele Leute. Flasch. Ich brauch einen. Ich kann mit... Wollen wir da reingehen? Darunter gehen. Also unter der Kirche ist doch angeblich immer Heilzeug, oder? Wo ist die Kirche? Was ist die Kirche? Nein, nicht immer. Aber... Such mal... Hier ist irgendwo ein Typ. Ich hab schon... Da hinten. Schau mal hier unten. Direkt unter mir. Direkt unter mir. Oh, hier hinten kommt auch einer. Da können wir... Ja, komm, dann nehmen wir den doch. Der ist weggelaufen. Arsch. Oh, da ist ne Truhe. Ach... Na, was toll ist drin, ne? Schade. Schade. Wo ist er? Da ist er, da ist er. Okay. Hm? Was hat der so dabei? Ich hab ne Schere für dich. Der hatte ja nur Flash dabei, der... Humpel. Ja, schmeiß mal her. Kannst du mal jemanden an? Das war da draußen. Oh, da draußen ist... Cyber 200. Hier. Die Schere. Alter, da draußen rennt der Cyber. Oh, jetzt rennt's selber weg. Ja, da draußen ist der Cyber. Den könnten wir doch... Hätten wir... Ja, dann nimm ihn. Wir müssen den erstmal finden. Ja, dann nimm ihn. Jo, da haben wir mal Heilungszeug, ne? Hier Flo. Warten Flash weg. Warten Flash weg. Warten Flash weg. Warten Flash weg. Oh, Weizen. Hm. Leck hat der geiles Zeug dabei. Hm. Herz. Ich kann auch mal ein paar Sachen wegschmeißen. Ich möchte doch den Heiltrank. Äh, 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 äh. Genau, den Heiltrank. Das ist gut. Halt, wie viel brauche ich da? Zwei. Sechs. Sechs. Ah, das passt perfekt. Ja, haben wir hier ein Crafting Table. Weißt du das zufällig? Nö. Das war's. Beschütz nicht mal kurz. Ich guckle das mal kurz nach. Ah, Gott n' Fleisch weg. Ihr verzeiht mir, wenn's kurz mal... ...nichts läuft. Ich kann dich nicht beschützen, ey. Ich bin hier grade am Bluten. Ja, hier hat's ein Crafting Table. Wollen wir da runter gehen zu gehen? Nein, wir wollen jetzt erstmal den Crafting. Einfach rein springen? Hast du ne Schere? Nein. Immer noch nicht. Ja, wo hast du sie? Wirf her. Wirf Rübo. Und was werfe ich denn dafür? Weg. Liegt sie auf dem Boden, glaub ich. Was werfe ich denn dafür an? Pilz. Ah ja, vor dir liegt sie. Ja, jetzt hab ich sie. Da hinten liegt sie. So. Ne, ich hab noch eine. Hier ist aber auch eine. Ich hab eine ja. Okay, gut. Wollen wir hier unten rein springen? Ey, warte, wir suchen mal den Crafting Table, den's hier hat. Weil ich kann ungefähr drei Stacks Cookies machen. Okay. Aber so viel brauchen wir gar nicht. Aber ich mag doch Cookies. Ich mag doch Cookies. Ja, okay. House of Cool Coolx. Cool Coolx, du hast doch bestimmt ein Crafting Table. Ich kenn dich doch. Du alter Hund, du. Äh. Und was des? Na, des ned. Ja, mate. Ja, mate. Habt ihr keinen Crafting Table? Komm und isst den was zerbaten. Ah, hier. Schaut euch das mal an. Herren. Konserve und Co. Ich bin weit weg von dir. In einer Mühle hat's doch bestimmt Essens an. Na doch da. Ne Schaufel. Was mach ich mit ner Schaufel? Nehm ich die mit? Kannst Gräber aufmachen. Nehm ich die mit? Soulbound, bitte. Ja, das ist das was ich mal meinte. Ja, was ist das? Das mal das? Du kannst es schon wegschmeißen. Ja, jetzt ging's auch. Ne, aber was kann das? Kann das was besonderes? Ne, keine Ahnung. Warum bin ich jetzt hier nicht... Ach, da ging ich nicht weiter, ne? Jetzt... Also primäres Ziel Crafting Table finden. Hinter den Tom? Wir warten in der Tür. Ei, die sehen komisch aus wenn man da draufhaut. Loot, loot, loot ist alles was ich möchte. Loot, loot, loot ist alles was ich kann. Ach komm, scheiß auf dich du blöde Flasche. Ich hab so viel Zeug, wie... Vor allem hier sind so viele Truhen, ist das herrlich. Wir mit dem Don-Team. Ich bin noch einer. So. Also, wir sollten uns Romero mal merken, wenn wir mal wieder zusammen spielen. Also alle und wieder mal an chronischer Essensknappheit leiden. Ja, wenn wir zusammen spielen, dann können wir auch hier reingehen. Ja eben, weißt du, dass wir hier hinlaufen um uns Essen zu holen. Weil es ist ja dumm, wenn nicht, weil hier hat's ja... Hier hat's ja Essen ohne Ende. Vor allem hier hat's Spieler ohne Ende mit Essen ohne Ende. Ja, genau. Volle gegen Leere tauschen, wunderbar. So, auf geht's. So. Jetzt hab ich hab' ich ganz oft genommen. Jetzt hab ich halt kurz aufgenommen. Let's go away. Ja, true true. Komm wir gehen uns mal runter zu dehnen. Ja, ich komm runter. Ich muss nur noch die Treppe wiederfinden. Da ist ja ein Loch in der Treppe, das ist ja dreist. Das ist ja dreist ist das. Ach, diese Treppe ist scheiße gemacht. Weil man immer sich den Kopf anhaut. Und hier ist irgendwie rar gesät mit Fackeln und so. Eine Redstone Torch. Oh, die spendet so viel Licht. Wahnsinn. So viel Licht. Wie kommen wir denn da? Oh, da ist einer. Ah, der ist getroffen und hält. Vorsicht, der kommt, er kommt. Was hat der gemacht? Halt, der ist in den Brunnen da rein. Nee, der ist da runtergegangen. Da gehen wir jetzt auch runter. Hä? Was ist das? Was? Gehen wir hier runter? Aber da trinken wir doch, oder? Ich nehme mal meine Bombe in die Hand. Ja, dann gehen wir runter. Ja, dann gehen wir runter. Okay. Weil wenn du die Bombe... Ich bin direkt hinter dir. Ah, unten, unterirdisch jetzt. Romero hat eine Kanalisation. Das ist ja voll, voll reine. Voll dufte. Voll dufte. Ich glaube, er ist hier unten im Wasser. Ah, ich habe ihn gekillt. Oh. Voll gut. Ich liebe mir. Schon wieder, der Albertel. Haben wir den vorliegen? Oh. Oh. Scheiße. Ja, was sollen wir davon mitnehmen, ey? Wir haben einfach keinen Platz mehr. Oh, da unten liegt auch voll viel Loot. Oh, scheiße. So ein Kack. Was ist denn da? Die sagen wir alle so viel zu essen, aber nicht zu kämpfen. Weil man das halt am Anfang findet. Ja, ein Button. Aber ich will keine Buttons. Ich suche mal... Also... Dicco kam für mich. Hä? Da wieder einer. Aber den kann man nicht töten. Der steckt da hinter der Tür. So ein Hurensohn. Ach, danke. Komm her, du Hund. Du hässlicher. Ja gut, der ist da wohl safe. Sieht so aus, ja. Okay. Wir lassen den da drin von Hunger, oder? Ja. Ich brauche jetzt nur ein Crafting Table. Mein einziger Wunsch. Warum? Dann haben wir noch mehr Essen. Ja, aber ich habe doch so viel mehr Platzverbrauch im Inventar. Wo geht's hier überhaupt wieder raus? Ja, ich könnte auch ein Stück Cookies machen. Aber eigentlich ist das voll egal, wenn wir hier die Leute... Sag mir mal lieber, wo es hier wieder raus geht. Wo ich brauche was zu trinken. Keine Ahnung. Weißt du was? Ich fülle jetzt mein Wasser in der Kanalisation aus. Lecker. Lecker. Gutes Wasser. Egal, in Minecraft lebt der nicht. Hallooo. Ja, ich fülle mein Wasser nicht aus. Ah, jetzt. Ah, du bist ja schon da hinten. So, noch weiter runter? Nein, wir gehen mal raus. Ich verstehe. Noch weiter runter. Oh, da wird grad was angegriffen. Bist du das? Ja, komm runter. Nee, nee, komm runter. Komm runter. Vielleicht werden sie da unten. Hier runter. Hier geht's ja noch... Da ist ne Truhe. Ne Truhe. Ne Truhe. Wo? Hier drinnen. Aber da ist nur Scheiße. Ah, ok. Höchstverdichtig höchstverdichtig. Gab's diese Kanalisation eigentlich schon immer? Hier war ich noch nie. Keine Ahnung, ich war da noch nie. Ich war da schon ein paar Mal, aber ich war noch nie in der Kanalisation. Das ist höchstkomisch. Das ist höchstkomisch. Warum ist das höchstkomisch? Ja, keine Ahnung. Ich hab das noch nie gehört, dass da jemand in der Kanalisation ist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich schwimm hier hoch. Ja, anders kommen wir glaub auch nicht so. Da hat jemand einen roten Namen, wenn ich das richtig sehe. Ja? Ja, oder? Da, in die Richtung. Wo ich gerade hinguck. Siehst du das? Ne. Ich hab keinen roten Namen. Er sieht aber bei mir rot aus. In die Richtung. Das ist ein Texture Pack Bug. Wo geht's denn hier jetzt wieder raus? Keine Ahnung, da wo wir reingekommen sind. Ja, da ist ziemlich sicher, ja. Oh, hier ist das ganz gut. Oh, da kann ich holen. Ich hab grad einen Abflieger. Ich hol mir grad noch mal einen. Hinter dir ist einer. Hier wär auch ein rosenroten. Zombie, oder? Nö, Typ. Ah, ich krieg ihn nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Nein. Jetzt hab ich noch mal getroffen, und? Apfel. Ich steh auf Apfel. Hast du gerade eingekillt? Nein, unschuldig. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Sozusagen. Jetzt hab ich ihn getroffen. Schon wieder der Alberto. Sag mal, gibt's den irgendwie häufiger? Boah. Wo bist du? Bist du hinter mir? Schrägst du grad jemanden? Nein, ich red grad mit dem Demon. Der da eingesperrt ist irgendwie. Wo bist du denn jetzt? Ich bin... Ich komm wieder zu dir, also wo wir uns getrennt haben. Ah, da bist der. Ja. Hast du die Todes... Hä? Ah, er ist verhungert. Jetzt ist er verhungert. Hä? Schau mal, hier ist ne... Hier ist ne grüne... Ein grünes Kopfteil. Ein was? Hä? Was sind das? Ein was? Ja, schau mal, das ist ein grünes... Das nehm ich auf. Was? Das ist jetzt aber ein Fehler. Ich kann auch keine Pfeile auf 25 stacken. Ja, wusste ich's doch. Nee, 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 das geht nicht weg. Hä? Ja, eben gerade nicht. Jetzt stimmt's. Nein, jetzt hab ich... Ha! Was ist das für ein Bug? Ich hab ne gefärbte Lederkappe. Kann man nicht färben? Auf nem Amboss oder was? Ja? Keine Ahnung. Was liegt denn da noch so für Stuss rum? So viele Äpfel. Also ich hab nen Button noch. Ja, den hab ich vorher weggeworfen wieder, weil ich den nicht wollte. Jedes Mal, wenn wir was mit Buttons gemacht haben, ist was Schlimmes passiert. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es ist so, entweder wir sperren uns ein und kommen nicht mehr raus oder... Ne gefärbte Lederkappe? Ja, ich glaub das geht mit nem Amboss seit diesem neuen Update. Ja, was bringt das? Ja, dass du schön aussiehst einfach. Schau mal. Du bist so hübsch aus. Ah ja, du siehst sehr hübsch aus. Nur minimal blöd, eigentlich. Okay. Ich mein, das brauchen wir... Ah. Sie ist ja aufgenommen. Bäh. Ich hoffe mal, die Framerate ist nicht so im Keller bei mir im Moment. Nee, wird's nicht. Ja, weil hier so die Wasche ist. So, komm mal raus. Ja, das ist die Frage, ne? Ja, das ist die Frage, ne? Ja, das ist eine Truhe. Kann man auch nicht hoch. Halt! Da waren fünf Pfeile! Hab ich die jetzt aufgesammelt? Oder du? Ne, ne. Willst du die haben, oder was? Brauchst du keine? Ich dachte nur, die hätten gerade noch... Achso. Ich hab genug... Ja, hier geht's raus. Oh, ist das schnell. Oh, Gott, ich rase. Oh, übel. Schnell den Schwert in die Hand. Den Schwert. Den Schwert. Das geht bergab mit mir. Ich merk's schon. Okay. Wohin des Weges, Wanderer? Was jetzt? Genau. Siehst du, Romero ist leer wegen uns. Hm. Wir sollten uns schämen. Wir haben immer noch kein Crafting Table. Wir sind noch nicht zum Krafting hier. Ja, aber ich schon. Warum? Wir wollen Leute un-bring. Okay, ich suche Leute und ein Crafting Table. Sozusagen eine Combo. Aber's gibt eine, oder? Es gibt eine, aber ich habe nichts mehr gefunden. Ich dachte erst, es in der Mühle sei was. Aber nein. Natürlich nicht. Das ist ja alles gekwirrte Kacke in den Kisten hier. Hier ist wieder ein Zombi. Ich lass eine Blume. ich hab ein du hast ein spieler schiff clicking ist not allowed ich habe vier stecks cookies damit kann man leben wir haben genug zu essen jetzt schon endlich kann ich mal ein paar sachen entsorgen hier weißt du was ich schub dich jetzt rein aber das geht gar nicht weil hier ein half step ist dann gut jetzt hast jetzt suchen wir leute hinter dir ist ein zombie tatsache ich verstehe nicht ob das hier am texteffekt liegt aber hier zersplittert immer alles so wenn man draufhaut das ist echt krass so kommen wir suchen leute ich glaube die sind alle weggerannt da drüben ist einer da drüben ist einer hinter dem haus hier ich habe nur dich verloren ich habe so eine gute übersicht bei dem spiel ah wo bist du ach bist du da gerade ins haus eingelaufen aber hier sind auch zwei zwei wo sind wir die heap eine eine diese die die kommen auch in das haus die uhr es wird genutzt name wie verdäume überhaupt nicht Scheiße, ich geh drauf! Nein, ich bin doch da, ich bin da, ich bin da! Du bist... Ich hab dich alle! Ich muss mal kurz hier, und dann was für die Gesundheit zu tun. Oh, Scheiße! Oh, Achtung! Achtung! Mach die Scheiße! Geh weg, ich mach ihn nicht, ich hole ihn! Oh, Tracker Scheiß! So einfach! Achtung, jetzt kommt er gleich wieder, glaube ich! Hat er ne Bandage dabei! Er kommt, er kommt, er kommt! Boah, ich Idiot! Ich such mir mal die Bandage hier... Nein, Halt! Nein, nein, nein! Ich hab drei Bandage! Ich hab hier auch eine gesehen, gerade. Hu! Heil mich mal bitte! Ja, du hättest gar nicht die Bandage nehmen müssen! Ja, aber dann blutet man doch trotzdem noch! Ah, leck mich am Arsch! Kannst du mich auch grad halten? Warte kurz, ich hol mir noch ne Halterung da, bevor der verschwindet! Ja, kann ich! Oh, so ein Fuck! So ein Scheiß! Da sind wieder welche! Komm jetzt! Ja, du musst mir eine Sch... Ach, ich hab doch ne Schere gehabt! Du hast doch alles an... Ich hab kein Rosenrot, fällt mir da grad auf! Okay, hier! Oh, er hat kein Rosenrot! Bin ich für ein Anfänger! Von... Recht! Oh! Bist du geheilt? Okay! Gut! Ja! Hast du zwei Rosenrote? Nein! Oh, Zombie! Scheiße! Hinter dir Zombie! Ja, okay! Zombie out of life! Hehe! Oh, der Nikobo! Der tut mir leid! Naja! Alles gut! Kommt ganz gut weg! Gut, dass ich gerade nichts treffe! Stress, ey! So, kannst du dir jetzt mal einen roten... Wir haben keinen! Alle keins dabei! Noch einen! Heieiei! Was ist denn hier los!? Heieiei! Was ist denn hier los!? Ich praktisch mit den Heiltrinken! Hat der noch welche? Da kommt nochmal einer! Herrlich! Oh, jetzt blut ich! So, was hast du so schön aus? Nix. Oh, noch einer. Ich hätte nichts dabei. Ja, dein ist gut. Achso, kannst du mich einmal korteilen damit? Nein, ich hab dich doch noch vor, nicht für mich. Okay, dann nehm ich ne Bandage. Kann's aber versuchen, warte. Nein, dreieinhalb Minuten. Jetzt ist egal, jetzt hab ich hier schon ne Bandage. Nee, ich hab gedacht, weißt du, du kannst vielleicht meine Wunde heilen. Auch schon so. Achso. Komm, nochmal. Ja, der ist tot. Zombie, glaub ich. Du hast nen roten Namen. Hast du? Hab ich. Oh, seh ich hübsch aus. Oh, krank. Das hab ich das letzte Mal nicht geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Bandit. Danke. Nämlich fühlt sich die Steuerung so ein bisschen schmierig an. So, wo sind die Nächsten? Wer ist der Nächste? Hohohohoho. Aua, ich bin gegen die Wand gelaufen, Mama. Also, organisiert mal ein Rosenrot. Ich bin schon am Rosenroten. Ich bin schon am Rosenroten. Ah, Zombie. Nein, doch voll. Puh, mein Schwert ist so langsam. Weil ich immer schneller ist. Jetzt treffen sie mich immer. Ich hab schon 28 Zombies getötet. Super. Jetzt klau mir doch nicht die Kiste. Ich hab eine dabei. Ich hab eine dabei. Ich bin doch kein Anfänger. Ne Schere. Ne Schere. Schere hab ich schon. Ja. Die Gebäude sehen von außen immer so ab, 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 hoch aus. Und dann innen drin, ne, haben sie irgendwie nur ein oder zwei Stockwerke. Schaut mal, da vermutet man doch noch ein drittes Stockwerk, also. Ja, irgendwie schon. Und die Mühle, die hat mich ja ganz verwirrt. Gluck, 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 ich leck mich durch. Gluck, 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 gluck. Jetzt erklär mir mal, wieso, was, irgendwie, da fehlt mir irgendwie so ein Übergang. Was? Weil da drüben ist auch noch ein Raum, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Komische Sache. Stimmt, ja. Ah, da hab ich eine Idee grad. Kann man ja hochschwimmen. So, wo sind die nächsten? Einfach, weil wir es können. Schwimmen wir mal hoch. Was? Schön. Was hat's hier so? Nicht. Oh, jetzt bin ich fast gestorben, weil ich runtergefallen bin. Boah. Ich glaub ich kann dich wieder heilen, oder? I need a hero. Hero. Vorsicht, Loch. Vorsicht, Loch. Auf der Mühle oben. Hier gibt's eine Treppe auf der Hinterseite. Auf der nervösseitigen Treppe. Ach so, okay. Ich fang jetzt lieber nicht an rumzujumpen. Hui. Ne, mach das nicht. Aber es ist immer so ne Versuchung. Nix. Was ist denn, also das kann ich mir jetzt nicht erzählen, dass hier oben nichts ist. Hallo? Ist hier was? Nein, natürlich nicht. Das wär ja zu leicht. So. Dann gebe ich mir was zu trinken. Also ich bin unter der Mühle. Hm. Ich komm mal runter. Schmeiß dir mal dein Rosenrot wieder zu, sonst hab ich immer das Gefühl, ich hab schon eins. Da. Okay. Oh, du kannst mich ja tatsächlich bandagen. Soll ich dich auch noch heilen? Ne, ich bin nicht voll. Gut. Dann such ich mal weiter. So, besuchen wir. Weiter, Leute. Du hast keine Waffe in der Hand. Ich hab vorher Hacky-Sack in meinem Zimmer gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas besitze. So cool. Hacky-Sack. Ah, da macht er die erste Kiste auf und hat ein Rosenrot. Sehr gut. Endlich. Ich kann halt doch was. So, jetzt brauchen wir eigentlich keine Kisten mehr öffnen. Wir haben genug zu essen, wir haben was zu heilen. Yeah, schon wieder ein Neuer. Wo ist er? Nein. Töntest du gerade mal? Nein, ich bin untönt. Ich hab gerade geschlackert. Okay, wo ist er? Oh, ein Haus. Oh, scheiße! Hier sind Gegner. Und? Der ist... Der ist... Der ist... Der ist old98. Der ist 14? Die dürfen dieses Spiel schon spielen? Ne. Wo bist du denn? Hilf, ich blute. Komm zu mir. Da ist auch einer. Boah. Boah. Ich hab... Ich hab... Fack, ich geh grad drauf. Booah. Scheiße. Genau. Was? Wo bist du denn? Töntest du? Nein, ich bin tot. Vom Holzschwert gemördert, weil einfach soviel los war. Fuck, okay. Ich beende hier mal die Aufnahme an der Stelle, ne? Also, äh... Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ciao!